Hallo! Unsere Oma hat Ende November immer Geburtstag und da gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren immer diesen Adventskalender. Und ja, in diesem Video zeige ich einfach mal, wie wir ihn basteln. Zuerst benötigt ihr ein paar Kleinigkeiten zum Füllen und ich finde beim DM kann man sich da so richtig austoben. Da findet ihr dann auch gleich ein paar schöne Weihnachtsservietten und ein Band zum Zubinden. Dann kann es auch schon losgehen und ihr beschriftet 24 Blätter, ja von 1 bis 24 und benutzt am besten einen dicken schwarzen Stift. Danach sortiere ich mir die Zahlen gleich auf drei verschiedene Haufen und ja, dann werden die Kinder 24 mal fotografiert. Danach druckt ihr die Fotos einfach auf Passbildgröße auf Fotopapier aus. Wie ihr seht, machen die Kinder beim Fotografieren 24 verschiedene lustige Grimassen. Die Bilder schneidet ihr am besten mit einer Schneidemaschine aus, wenn ihr habt, aber es geht natürlich auch mit einer Schere. Jetzt könnt ihr auch schon mit dem Befüllen anfangen. Nehmt die Savette und ja, legt einfach rein, was ihr möchtet. Bei uns kommt auf jeden Fall jeden Tag ein Tee und eine kleine Rittersport rein. Die Savette gut zubinden und danach an den Enden einfach das Foto befestigen. Und fertig ist euer erstes Türchen. Das Ganze nun 24 mal. Für die erste Variante benötigt ihr eine lange Schnur, die ihr einfach an einem Nagel auflegt. Die Säckchen einfach der Reihe nach an die Schnurrknoten und dabei achten, dass die, die zuerst aufgemacht werden, ganz unten hängen. Je nachdem, wie viel Platz ihr habt, könnt ihr mehr oder weniger untereinander hängen. Die Säckchen können dann der Reihe nach von unten einfach abgeschnitten werden. Für die zweite Variante benötigt ihr nur eine lange Schnur oder wie hier ein Stahlseil. Da verlinke ich euch einfach mal das Video dazu und hängt das an der Wand auf. Die Säckchen werden dann ganz einfach mit einer Wäscheklammer daran befestigt. Die dritte Variante geht am einfachsten und schnellsten. Ihr nehmt euch einfach eine große Schüssel und macht die Säckchen der Reihe nach rein. Ihr könnt das Ganze aber auch einfach auf die Fensterbank stellen und habt gleichzeitig eine schöne Weihnachtsdekoration. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde, es ist wirklich ein sehr schönes, persönliches Geschenk. Gerade für Großeltern, Papas, Paten oder oder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen oben da und meinen Kanal könnt ihr natürlich immer kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!